Oh Chaos Emeralds, ihr Wundersteine, bitte hört mich an. Ich möchte diese Welt retten. Ich möchte die Fehler meines Vaters wieder gut machen. Und ich möchte zu Sonic sprechen. Ein letztes Mal. Ich verdanke dir so unglaublich viel. Doch nun ist es an der Zeit, dass ich dir helfe. Es ist mir gleich, was mit mir geschieht. Doch bitte, hör auf meine Stimme. Sonic, komm zurück. Zu mir. Zu uns allen. Elis. Danke. Untertitelung. BR 2018